Oh ja, vielen Dank, Leute. Endlich komme ich zur Arbeit, ohne dass mir gleich der Kragen platzt. Im Ernst, Kamerad, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Ach ja, noch was. Seht ihr den Turm dort hinter dem Dorfplatz? Ich sehe ein Riesenrad. Ich rate euch eines, haltet euch besser von dem Ding fern. Es ist marode. Wo ist marode? Das Riesenrad. Ja, das stimmt. Also gut, das wollte ich euch nur sagen. Danke nochmal, Kumpel. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie viele ich schon habe, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Glück. Oh ja, da sind coole Rätsel drin. Hm, man hört, ihr seid große Rätsel, Papa. Ziemlich klar, wie er so auf diesem München-Staat. Euch entgeht nichts. Nun, ihr habt hier recht. Hier ist tatsächlich ein Rätsel versteckt. Seht her. Ist es das oder... Ne, das ist... Ach, das ist Dreiecksdreh. Okay. Oje. In der Darstellung unten sind zehn Münzen in Form eines gleichseitigen Dreiecks angeordnet. Das Dreieck zeigt mir der Spitze nach oben. Kannst du drei Münzen so bewegen, dass die Spitze nach unten zeigt? Kennst du das? Das ist, glaube ich, eins, das manchmal auch auf Partys Leute gerne anderen... Ich erinnere mich, dass es dieses Rätsel gab, Papa. Wie war das denn nochmal? Na, mach erst mal was, was du so von dir aus denkst, was auf jeden Fall dazugehört. Wenn du wenigstens... Ja, genau. Also doch nicht die unteren drei. Nicht ganz die unteren drei, aber so an sich. Ja. Ja, genau. Man trägt die einfach ein Stück weiter. Ja, das hatte ich mir gedacht. Ihr seid richtige Rätselfreunde. Mhm. Und Sam ist ja wimmelt es von Rätseln an, aber nicht alle sind so nett wie ich, also passt auf. Und denn der Typ am Tresen hat, glaube ich, auch noch was. Und zwar so eine ganze Rätselreihe hat der, glaube ich. Das Tischdeckenrätsel. Und hier, die stapelbaren Stühle. Stimmt, der hat auch eine Mehrzweckhalle hier drin. Wie schön. Das kann man doch nicht sagen. Was sind denn hier noch? Eine Aprilhalle. Der hat eine Aprilhalle. Eine Mehrzweck, nicht Mehrzhalle. Nee, Mehrzweck. Schätzellöseanhänger. Juhu. So, jetzt. Zu Ihnen. Hallo, ihr beiden. Ihr seid neue, habe ich recht. Nun, wenn ihr eine warme Wahl seid und einen heißen Tee wollt, seid ihr genau richtig. Seltsam, dass es so leer ist, wenn das Essen so gut ist, wie Sie sagen. Hör mal, Junge, sei nicht so dreist. So ist es eben in der Gastronomie. Manchmal ist viel los und manchmal ist es eher ruhig. Wenn immer viel los wäre, wann soll ich denn dann das Essen für den nächsten Tag vorbereiten? Oh, wo wir gerade vom Vorbereiten sprechen. Ich hätte da gern mal ein Problem. Ich habe hier ein 8-Liter-Gefäß und möchte Saft darin in 2 mal 4 Liter aufteilen. Allerdings weiß ich nicht, wo ich meinen Messbecher hingetan habe. Ich frage mich, ob das nicht auch mit diesen 5- und 3-Liter-Gefäßen irgendwie klappt. Das Rätsel ist lösbar in... Steht da was? Hier siehst du ein 8-Liter-Gefäß-Saft, ein leeres 5- und ein leeres 3-Liter-Gefäß. Auf den Gefäßen ist keine Messskala. Bei der Aufgabe steht nun darin, die 8-Liter-Saft so zu verteilen, dass das 5-Liter-Gefäß und das 8-Liter-Gefäß jeweils genau 4 Liter enthalten. Mhm. Berühre ein Gefäß, um es anzuheben. Achso. Und jetzt? Und jetzt berühre ein anderes Gefäß, um nach Watt reinzukippen. Mhm. Damit hast du da schon mal 2 Liter drin. Ja. Ja, das war halt so ein Sinn. Ne, war es nicht. Warte, warte, warte. Ja, stimmt, du sollst 4. Genau, 4. Dann habe ich es doch schon schlau. Ja. War ja leicht. 7 Züge. 7 Züge? Und weißt du, in wie vielen Zügen das Rätsel machbar ist? In 3. Nein. Nein. 7. Ja. Ich weiß nicht, die fand ich immer schon nicht sonderlich schwer. Ja. Ah, so geht das also. Gute Arbeit, vielen Dank. Guten Tag. Wenn ich wieder ein solches Problem habe, melde ich mich bei euch, ja? Okay. Sprich ihn übrigens nochmal an. Oh, er hat nichts. Schade. Das kommt wahrscheinlich später erst. Ja, wahrscheinlich. Oder du gehst nochmal raus und wieder rein. Dann hat er es immer noch nicht. Okay. Aber ich glaube, er hatte mal irgendwo zweimal hintereinander. Das kann sein. Gut, weiter. Ja. Oh, ein Rätsel. Früher waren mehr Rätsel versteckt. Kann das sein? Oder häufiger? Früher war auch mehr immer Lametta. Ja, ich glaube auch. Och, dieses schmutzige Glas erinnert mich an ein Rätsel, das ich mal vor einiger Zeit gehört habe. Oder wir rushen hier gerade so durch, dass uns das so vorkommt, als wäre das mehr. Kann auch sein. Äh, Flasche voll Bazillen. In einer Flasche wohnt eine riesige Bazille. Eine riesige? Ja. Äh, eine einzige Bazille. Nach einer Minute teilt sie sich in zwei. Nach einer weiteren teilen sich die beiden wieder, sodass nun insgesamt vier Bazillen in der Flasche sind. Bei diesem Tempo ist die Flasche nach genau einer Stunde randvoll mit Bazillen. Wie viele Minuten wird es dauern, bis die Flasche voll ist? Wenn sie am Anfang zwei Bazillen enthielte. 30. Würde ich jetzt spontan sagen. Möchtest du es einloggen und mir den Spielstand versauen? Nein, der ist ja schon versaut. Durch irgendwas von mir. Das war jetzt nur eine spontane Eingebung, weil ich dachte, naja. Ah nein, 15. Nein. Auch nicht. Das ist ganz, ganz fies, weil es heißt ja immer, die verdoppeln sich in jeder Minute. Ja, bestimmt. Und wenn du jetzt zwei reinpackst, dann hast du dir im Grunde nur die erste Minute gespart. Ja. Und weiter? Alles, was danach passiert, ist genauso wie in den anderen sechs... äh, oder... genau. Das ist echt fies. Das ist fies. Genau. Ja, die Antwort läutet... 59 Minuten. Achso. Äh, aber Luke, es ist ganz schmutzig. Hm, was ist denn das? Da ist etwas darin versteckt. Oh, tatsächlich. Ähm, Luke, fass mal hinein und sieh nach, was drin ist, ja? Ja, oh, Flasche voll Wazillen zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja, dann, ja mit dem Katzenrätsel. Professor, da ist sie. Schnell, gib ihr die Fischgeräten. Komm her, Claudia, braves Mädchen. Ja? Ja. Wir haben es geschafft, Professor, da kommt sie schon. Gut gemacht, gut gemacht, Joey. Ausgezeichnet. Jetzt können wir sie zurück zur Villa Reinhold, Reinhold, reinbringen. Und du klingst dir, als hättest du Halskrebs. Oder Kehlköpfenzündung oder so. Und so kehrten Luke und der Professor mit der eingefangenen Claudia Nivella zurück. Du willst dich langsam daran, dich in sein Mysterium zu bewegen und vor Ort zu ermitteln? Hier sind einige Hinweise, damit deine Ermittlungen auch weiterhin so gut laufen. Einige Rätsel verschwinden von ihrem Platz, wenn die Handlung voranschreitet. Aber keine Sorge, die meisten ungelösten Rätsel tauchen dann in Oma Enigmars Rätselhütte am Dorfplatz auf. Besuche sie oft und versuche, alle Rätsel des Spiels zu lösen. Irgendwie ist da aber jetzt nichts davon davor gekommen. Gut gemacht. Irgendwas stimmt hier nicht, Professor. Herr Professor, es ist furchtbar, bitte kommen Sie schnell. Mach keinen Wind. Aber der macht auch Wind. Was haben Sie denn, Matev? Matev? Matev. Das ist ein jüdischer Name. Wenn Sie sich um die Kerze, ich meine die Katze sorgen, haben, äh, Sie haben wir heil wiedergebracht. Oh, nun, das wird die Baronin freuen. Doch im Moment ist die Katze nicht von Belang. Bitte da, sieh nach oben hier entlang, bitte. Sie sind also der berühmte Professor Leighton. Mein Name ist Jelmy, Inspektor Jelmy. Ich leite hier die Ermittlungen. Die Ermittlungen? Ist das nicht etwas übertrieben? Wir haben Claudia gesund wiedergefunden. Oh, Claudia, mein Liebling. Mami hat dich so vermisst. Was macht diese Katze hier? Wieso in aller Welt bringen sie ein Tier an einen Tatort? Wir waren für eine Weile im Dorf und wissen nicht, was vorgefallen ist. Was ist denn passiert? Hier geschah ein Mord, Professor. Ein heimtückischer Mord. Ein Mann wurde getötet. Wie bitte? Wer wurde ermordet? 6.000 Das Opfer war hier braunhaft. Ein gewisser Simon Reinhold. Simon Reinhold. Simon wurde... Vor etwa zwei Stunden bekam ich eine Meldung. Ein Mann sei in der Villa Reinhold reingebrochen. Dachte ich erst eingebrochen, aber in Wirklichkeit ist hier jemand zusammengebrochen. Genauso wie die Verteidigung in Stalingrad. Nach meiner Ankunft am Tatort stellte ich fest, dass Simon nicht mehr am Leben war. Und was war die Todesursache? In dieser Sache leite ich gerade eine Ermittlung. Ich möchte Sie nur wissen lassen, Leighton, dass auch Sie als Verdächtiger in Frage kommen. Die weiteren Details des Falls sind streng vertraulich. Wo Sie gerade von Details sprechen, wer war der Anrufer, der Sie von dem Fall in Kenntnis setzte? Haben Sie was an den Ohren? Ich habe doch gerade gesagt, dass die Details streng vertraulich sind. Das sind alles Geheiminformationen der Ge... Ähm... Alle mal herhören, ich werde Ihre Aussagen im Nebenraum aufnehmen. Bitte treten Sie nacheinander ein. Und damit eines klar ist, niemand verlässt das Anwesen, bevor ich mit allen Beteiligten gesprochen habe. Man stelle sich... Warst du der oder ich? Der warst du. Okay, man stelle sich das vor. Ein Mord und das in diesem Haus. Und das ist wirklich schauderhaft. Sie sind doch Detektiv, oder? Ja, beeilen Sie sich und finden Sie den Unmenschen, der dies getan hat. Guter Mann, ich bin kein Detektiv. Aber Ihre Besorgnis ist überaus gerechtfertigt, kein Zweifel. Dass er ein Detektiv sein könnte? Ja. Wir alle leben gefährlich, solange der Täter nicht hinter Schloss und Riegel ist. Hm, Riegel. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich verstehe es einfach nicht. Warum spricht der jetzt auch wie Hitler mit Handschmerzen? Ja, keine Ahnung. Simon war manchmal etwas herablassend, aber es hat ihn doch niemand gehasst, oder? Wenn der Verbrecher hinter dem Geld meines Bruders her ist, bin ich womöglich als nächstes dran. Professor, das ist doch der Bruder von diesem Inspektor. Gut möglich. Aber leider sind uns die Stimmen ausgegangen. Wenn wir als Motiv annehmen, dass der Täter hinter dem Vermögen her ist, gibt es so einige Verdächtige, Verbrechtige. Du lieber Himmel, Sie denken doch nicht etwa, ich hätte etwas mit diesem Verbrechen zu tun? Glauben Sie, äh, sagen Sie es ihm, Herr Inspektor. Ich habe mich immer sehr gut mit Simon verstanden, allerdings stand der Augustus nicht gerade nahe. Puh, wissen Sie, Altersgerede über Familienbanden erinnert mich an ein interessantes Rätsel. Schwupp. Angriff der Mafia. Wissige Brüder. Rauche, aber falsch. Ja, das Ding. Sechs Brüder sollen sich zum Abendessen an den Tisch setzen. Der älteste Bruder hat die Nummer 1, der jüngste die Nummer 6. Jeder ist mit dem nächst älteren sowie mit dem nächst jüngeren Bruder verkracht und keiner darf neben dem anderen sitzen. Nee. Keiner darf neben dem anderen sitzen. Und darf neben keinem dieser beiden sitzen. Außerdem lagen sich Bruder 3 und Bruder 5 dermaßen in den Haaren neulich, dass auch sie sich weigern, nebeneinander zu sitzen. Bruder 1 hat bereits Platz genommen und wartet auf die andere. Findest du eine Sitzordnung, die keinen Bruder-Twist aufkommen lässt? Also ich würde jetzt erstmal in irgendeiner Richtung, weiß ich nicht, 3 oder 5 daneben packen. Oder sogar 6. Ja, 5 darf nicht neben 3 sitzen. Wieso nicht? Ach, das habe ich übersehen. Warte, das war doch... Ja, nee. Nein. Nein. Unsinn. Moment, du bringst mich durcheinander. Warte. Ich bring mich durcheinander? Ja. Ja. Warum nicht so eigentlich? Warum nicht, ja. Ja, 3 und 4 bleiben übrig. Welche hatten 3 und 5 hatten sich in den Haaren und dann... Äh... So? 1, 3, 5... Äh, nö, nö, super. Das war leicht. Prima gemacht. Setzt die Rabauken hin wie gezeigt, dann dürfte Ruhe im Karton sein. Das Spiegelbild der Sitzordnung funktioniert übrigens auch. Endlich eine friedliche Tafelrunde. 2, 4. 1, 2... 3, 4.